Willkommen zur zehnten Vorlesung Algorithm Engineering. Heute wollen wir eine Folge von vermutlich zwei Vorlesungen beginnen, wo ich zurückgehe zu experimenteller Methodologie und den, ich sag mal, beispielgetriebenen Ansatz unterbreche, der bisher diese Vorlesung dominiert hat. Wiederholen wir nochmal die ganz allgemeinen Dinge, die wir sagen können zur experimentellen Methodologie, die ich in der Einführung der Vorlesung auch bereits kurz erwähnt habe. Grundlage ist die wissenschaftliche Methode, die auch in den Naturwissenschaften das akzeptierte philosophische Framework für wissenschaftliches Arbeiten ist. Und da können wir bereits einige Grundansätze für gute Methodologie sehen. Das eine ist, dass ein wissenschaftliches Experiment falsifizierbar sein muss. Das heißt, es muss ein mögliches Ergebnis des Experiments geben, das die Hypothese, die man ursprünglich aufgestellt hat, widerlegt. Das andere ist die Reproduzierbarkeit eines Experiments. Das bedeutet insbesondere, dass man die Daten und die Programme, die man benutzt, um die Experimente zu machen, für mindestens zehn Jahre aufheben sollte. Und das bedeutet, dass man in den Arbeiten, wissenschaftlichen Berichten, Masterarbeiten, Konferenzpapieren und so weiter, klar und detailliert aufschreiben sollte, was denn da genau gemacht wurde. Und damit nicht nur der Autor selber ein Experiment wiederholen kann, was eigentlich gar nicht das Spannendste ist, sondern damit auch andere das tun können, sollte man die Daten und den Code auch teilen. Das bedeutet für den Code heutzutage, dass es normalerweise Standard geworden ist, die experimentellen Codes unter einer Open Source Lizenz freizugeben, meistens auf GitHub. Und analog dazu gibt es Repositories für Daten. Zum Beispiel hat auch das KIT ein eigenes Repository dafür, in dem man halt wissenschaftliche Daten dauerhaft freigeben kann. Da muss man sich überlegen, auf den ersten Blick liegt es nahe, dass man das auf irgendeine Webseite von dem Wissenschaftler stellt. Aber stellen Sie sich vor, das ist ein Doktorand, der danach zu Apple geht und danach gibt es die Webseite von dem nicht mehr. Oder ein älterer Wissenschaftler, der in Pension geht und irgendwann gibt es die Dinger nicht mehr. Wenn man so ein Repository eine Perspektive hat, mehr oder weniger unbefristet die Daten zu hosten. Die nächste Frage, die vielleicht ein bisschen spannender ist, ist, was will ich überhaupt erreichen mit meinen experimentellen Arbeiten in der Informatik? Und das gilt jetzt eigentlich nicht nur für die Algorithmik, sondern für viele experimentelle Arbeiten in der Informatik, bei denen man halt Programme schreibt, die besser sein sollen als andere Programme, für eine definierte Anwendung. Da ist in der Informatik eigentlich akzeptiert, dass Wissenschaftlichkeit bedeutet, dass ich den State of the Art schlage. Und zwar global. Und nicht nur für irgendeine kleine Sub-Community oder für irgendwelche Spielzeug-Codes. Mein Lieblingsgegenbeispiel hier sind Optimierungsverfahren, die durch die Natur inspiriert sind. Das ist grundsätzlich erstmal ein super spannendes Thema. Zum Beispiel evolutionäre Algorithmen oder End-Colony-Optimization, Swarm-Optimization und so weiter und so weiter. Das sind faszinierende Ansätze, die auch für einige Anwendungen sehr gute Ergebnisse liefern. Aber ich habe ein Problem mit einigen Publikationen aus dem Gebiet, bei denen nämlich nur verglichen wird innerhalb dieser kleinen Sub-Community. Aber um jetzt zu demonstrieren, dass diese Methode wirklich nützlich ist, müsste man sich mit anderen Ansätzen vergleichen. Und sei es nur einem simplen Greedy-Algorithmus oder kombinatorischen Optimierungsverfahren, die im Operations Research üblich sind, zum Beispiel Linear Programming und so weiter. Und da gibt es manchmal eklatante Defizite. Zum Beispiel ist ein ganz beliebtes Benchmark-Problem für kombinatorische Optimierung das Handlungsreisenden-Problem. Nun ist es aber so, für das Handlungsreisenden-Problem gibt es eine riesige Anzahl Publikationen mit extrem ausgefuchsten Implementierungen, insbesondere aus dem Operations Research, die man erstmal schlagen muss. Deshalb ist es vermutlich gar nicht so eine gute Idee, sich so ein Problem zu suchen, wenn man ein neues Optimierungsverfahren demonstrieren will. Oder man sollte dann irgendwas nehmen, was man vielleicht nicht so leicht durch Integer-Linear Programming oder sowas lösen kann. Okay, also nehmen wir mal an, Sie haben jetzt tatsächlich so ein Programm geschrieben. Sie sind der weltbeste Löser für das Problem, was weiß ich, Baumwuchs zu simulieren, egal was. Oder der weltbeste Sortieralgorithmus von mir aus. Das genügt noch nicht. Sie müssen jetzt demonstrieren, dass das so ist. Sie müssen sich meistens, insbesondere vergleichen mit anderen Ansätzen für das gleiche Problem. Das heißt, Sie sollten jetzt Datenquellen erschließen, die irgendwie vielleicht für das Problem akzeptiert sind oder wo Sie demonstrieren können, dass sie sinnvoll sind. Manchmal gibt es da Benchmarks, die man dann auf jeden Fall mit einbeziehen sollte. Und Sie lassen jetzt konkurrierende Codes auf die gleichen Daten los und vergleichen das. Und Sie sollten insbesondere nicht nur irgendwie Cherry-Picked-Data nehmen, dass Sie sich aussuchen, damit Ihr Verfahren gut aussieht. Viele Daten sollte man auch verwenden und so weiter. So, idealerweise lassen Sie jetzt diese Codes auf der gleichen Maschine laufen. Das wird nicht immer möglich sein, weil Sie vielleicht den Konkurrenzcode gar nicht kriegen. Was Sie dann machen, ist, Sie gucken in die Publikationen, mit welchen Maschinen wurde da gearbeitet und schauen, ob Sie vielleicht Zugriff auf eine ähnliche Maschine haben. Und dann mag das sein, das ist ein zehn Jahre altes Papier, so eine alte Maschine gibt es gar nicht mehr. Dann können Sie versuchen, irgendwie zu skalieren. Sie sagen, die jetzige Maschine ist so und so viel mal schneller als die Maschine, die die da benutzt haben. Da rechnen Sie dann möglichst großzügig zugunsten der Konkurrenz. Und dann können Sie sagen, ich bin immer noch schneller zum Beispiel. Wie macht man diese Skalierung? Man könnte sich zum Beispiel akzeptierte Standard-Benchmarks nehmen, wie zum Beispiel die Spec-Benchmark-Suite im Allgemeinen. Oder dann gibt es spezieller Spec-In, Spec-FP, je nachdem, ob Sie eher ganzzahlige oder Fließkommaberechnungen machen. Oder zum Beispiel, wenn Sie Graphenberechnungen machen, nimmt man oft als Basis die Geschwindigkeit auf der Maschine einer Breitensuche, weil das also eine Standard-Graph-Traversierung ist. Gut, dann vergleichen Sie oft nicht nur Laufzeit, sondern zum Beispiel auch Qualität einer Lösung. Und dann ist es natürlich blöd, wenn die Ansätze, die Sie vergleichen, eigentlich nicht vergleichbar sind. Wenn man jetzt so etwas sagt wie, naja, mein Verfahren liefert schlechtere Lösungen, aber dafür ist es doppelt so schnell. Dann ist das unter Umständen wenig hilfreich, weil schlechte Lösungen kann man natürlich schlecht berechnen. Also idealerweise möchte man die Konkurrenz dominieren. Ich bin besser und schneller, ja? Gut, dann sollten diese Daten, wenn möglich, aus realen Anwendungen stammen, möglichst vielfältig sein. Zumindest teilweise aus realen Anwendungen. Und dann hat man irgendwann ein belastbares Ergebnis. Jetzt möchte ich das ein bisschen relativieren. Das klingt so, als hätte man ganz harte Anforderungen. Ich muss sozusagen auf praktisch allen Eingaben besser sein als die Konkurrenz. Aber das ist ja oft nicht sinnvoll. Es kann ja sein, dass Sie zum Beispiel Ihr Programm, sagen wir mal, zur Graph-Partitionierung, gar nicht entwickelt haben, um auf beliebigen Anwendungen gut zu sein. Sondern zum Beispiel Graph-Partitionierung, die man in Routenplanungsverfahren benötigt oder beim VLSI-Design. Und dann genügt es, wenn Sie Instanzen nehmen, die aus dieser Anwendungsdomäne stammen und Sie dann in dieser Anwendungsdomäne besser sind, dann ist das ja bereits ein nützliches Ergebnis. Das sollte man aber klar dokumentieren und eben keine überverallgemeinerten Schlüsse ziehen. Zum Beispiel, wenn Sie das auf Straßennetzwerken getestet haben, dann behaupten, ich habe den besten Graph-Partition. Im Rahmen dieser Vorlesung sage ich etwas weniger zu anderen wichtigen Dingen, die ich hier aber zumindest noch mal erwähnen will. Man muss halt klar beschreiben, welchen Setup man verwendet hat. Also welche Maschine, welchen Prozessor enthält die, wie viel Speicher, Betriebssystem, Compiler, Compiler-Flags und so weiter. Natürlich die Instanzen, woher man die kriegt, den Code, woher der kommt, welche Version, welche Laufzeit-Parameter wurden verwendet. Das kann alles ziemlich kritisch sein. Zum Beispiel eine kleine Anekdote. Vor ein paar Jahren ist mir ein Papier auf den Tisch geflattert, wo gesagt wurde, unser neuer Quantencomputer kann jetzt Graph-Partitionierung besser als der Standard-Graph-Partitionierer. Da war ich erst mal froh, dass die unseren Graph-Partitionierer als Standard bezeichnet haben. Das war KHIP. War dann natürlich weniger froh, dass die uns geschlagen haben. Da habe ich genauer nachgeguckt und das war irgendwie komisch. Die Lösungsqualität von dem Ding war deutlich schlechter als die Lösungsqualität, die ich in unseren Messungen gesehen habe. Dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben und es hat sich herausgestellt, dass sie irgendein sehr merkwürdiges Parameter-Setting für den Graph-Partitionierer verwendet haben. Ich habe denen dann mit Hilfe von Kollegen mal gesagt, ja, probiert doch mal das aus. Das passt doch eigentlich besser. Das ist übrigens auch ein Standard-Setup und siehe da, Quantencomputer sind nicht so gut wie unsere Software. Rund tausendmal teurer. Aber natürlich stehen die auch noch ganz am Anfang. Gut. Dann können Messungen natürlich Fehler enthalten, die sind manchmal unvermeidbar. Das muss man natürlich sorgfältig ausschließen bzw. dokumentieren, was an Fehlern noch vorkommt. Zum Beispiel, indem man Messungen mehrfach wiederholt, man Varianzen in den Laufzeiten angebt oder in den Schwankungen in der Qualität eines Ergebnisses. Man kann sich überlegen, wie man solche Messfehler dann reduziert, zum Beispiel durch Bildung von Mittelwerten oder Medianen. Man kann zum Beispiel Einfluss durch das Betriebssystem oder durch andere Anwendungen auf der gleichen Maschine minimieren, indem man auf einer Maschine misst, die keine Fremdlast hat. Das kann auch weitergehen, dass je nach Temperatur des Raums, in dem die Maschine steht, die Taktfrequenzen unterschiedlich geregelt werden. Das hat dann zum Teil dazu geführt, dass wir gesagt haben, naja, wir rekonfigurieren die Maschine so, dass sie immer in ihrer Basistaktfrequenz läuft, damit solche Schwankungen nicht mehr auftreten. Aber natürlich müssen sie das dann auch dokumentieren. So, dann ist es so, dass man Messungen relativ früh macht in einer Implementierung, selbst während der Entwicklungsphase des Codes. Am Anfang ist der Code vermutlich noch nicht mal korrekt, aber danach wird er auch sukzessive optimiert. Wir haben ja diesen Kreislauf des Selgerowem Engineering gesehen, da geht man möglichst oft drum herum. Und am Anfang ist das ein sehr, sehr informeller Prozess. Ich habe einen Fall gehabt, einer meiner besten Doktoranden, der Dominik Schultes, dem habe ich dann gesprochen. Ja, wie geht es denn so? Ja, sagt er, ich habe in den letzten zwei Tagen 15 Optimierungen meines Codes angeguckt. Hier ist eine Liste, wie viel das jeweils gebracht hat. Das war dann zwischen 2% und 50%. Ja, und insgesamt, also Beschleunigung war es, glaube ich, des Codes. Und insgesamt ist das Ganze jetzt 20 Mal so schnell. Sowas höre ich natürlich gerne. Andererseits wäre es jetzt Schwachsinn zu verlangen, dass man all diese Optimierungen, zum Beispiel in einer Doktorarbeit oder Masterarbeit, detailliert dokumentiert. Dann wird er nämlich vermutlich, um das mit einer experimentellen Methodik zu machen, wie ich das eben gesagt habe, mehrere Wochen brauchen, um diese Experimente zu machen. Das wären 20 Seiten der Arbeit. Und am Ende will das eigentlich keiner wissen. Und die Zeit hätte er besser investiert, um nochmal 10 weitere Verbesserungen zu implementieren und nochmal ein Faktor 10 schneller zu sein. Das heißt, man muss das irgendwie relativieren. Aber irgendwann sind sozusagen die niedrig hängenden Früchte abgeerntet. Und man macht komplexere Dinge, die weniger offensichtlich sind. Und die wird man dann auch genauer dokumentieren. Übrigens, das heißt nicht, dass man nicht auch einfache Verbesserungen irgendwie dokumentieren sollte. Aber da genügt es vielleicht, für jede dieser Verbesserungen irgendwie in Implementation-Details zwei, drei Sätze zu bringen. Das, was sich diese Verbesserungen bringt, eine Verdopplung der Geschwindigkeit, vor allem für die und die Instanzen, weil dadurch Cashfalls reduziert werden. Aber man muss das nicht im Einzelnen belegen, wenn die Aussage insgesamt plausibel ist und sich natürlich auch an der konkreten Implementierung im Zweifel nachvollziehen lässt. Schauen wir uns also die Situation an, wenn Ihr Code oder vielleicht mehrere Versionen Ihrer Algorithmen einigermaßen fertig sind und Sie die jetzt mit der Konkurrenz vergleichen wollen. Dann gibt es also mehrere Algorithmen, einige von Ihnen, einige von der Konkurrenz. Es gibt bestimmte Größen, die Sie messen wollen. Laufzeit, Platzverbrauch, Lösungsqualität, aber vielleicht auch abstraktere Dinge. Wenn Sie einen Sortieralgorithmus haben, wollen Sie vielleicht Elementvergleiche zählen. Oder in der Performance Evaluation messen Sie Cashfalls oder Branch Misspredictions oder was auch immer. Und diese Messwerte unterliegen außerdem Messfehlern. Dann gibt es potenzielle Eingaben. Das sind im Allgemeinen abzählbar unendlich viele. Und das muss ich natürlich irgendwie reduzieren. Meistens kocht man das dann runter auf bestimmte charakteristische Eingaben mit bestimmten Größen. Oder wenn Sie einen Graphenalgorithmus haben, unterscheiden Sie vielleicht Anzahl Knoten, Anzahl Kanten. So wie eine Liste von Instanzen aus realen Anwendungen. Trotzdem haben Sie vermutlich auch Zufallseingaben dabei, weil Sie davon beliebig viele mit beliebigen Parametern generieren können. Das bedeutet insbesondere, es gibt eigentlich keinen Mangel an Daten, sondern ein Überangebot. Sie können gar nicht zu all diesen Eingaben all diese Größen messen, Fehler reduzieren, blablabla. Sondern Sie müssen entscheiden, was Sie davon machen. Und das ist tatsächlich, zumindest historisch gesehen, ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen Wissenschaften. Als ich angefangen habe, mich mit Algorithmen Engineering zu beschäftigen, habe ich halt viel recherchiert. Zum Beispiel auch so experimentelle Methodik oder visuelle Aufbereitung von Daten in der Physik, in den Sozialwissenschaften vielleicht auch. Und da wurde ganz oft gesagt, naja, Auswertung der Daten, die Kunst ist, aus wenig Daten, die ich habe, die immer neu zu massieren, darzustellen, um möglichst viele Informationen daraus zu ziehen. Aber die Situation haben wir gar nicht. Und ich denke, viele andere Wissenschaften sind da inzwischen auch gelandet. Wir leben im Zeitalter von Big Data und müssen eigentlich eher sehen, wie wir mit einer Flut von Daten umgehen, um daraus sinnvolle Dinge zu extrahieren. So, der Prozess bei der experimentellen Evaluierung ist gar nicht so weit weg von dem Prozess beim Software Engineering selber. Und man könnte sich überlegen, vielleicht den 0815-Langweiler-Prozess zu wählen, den man im Software Engineering zuerst kennen und hassen lernt, das Wasserfallmodell. Ich entwerfe meine Experimente, führe dann Messungen durch, interpretiere das Ergebnis. Natürlich passiert das nicht wirklich so in einer komplexen wissenschaftlichen Arbeit. Aber wenn Sie das darstellen wollen, zum Beispiel in einer Masterarbeit, ist es vielleicht gut, dass das dann am Ende so aussieht, als ob das so gewesen wäre. Ja, weil das die Lesbarkeit vereinfacht. Das heißt natürlich nicht, dass ich hier Vorschläge, dass Sie irgendwas fälschen oder unter den Tisch fallen lassen. Aber wenn man in viele Sackgassen gegangen ist, hin und her evaluiert hat, ist es vielleicht trotzdem besser, am Ende die Experimente aufzuräumen, sodass man die dann in dieser Wasserfallmodellform darstellen kann, damit das Ganze übersichtlicher wird. Insbesondere wird man dann oft hergehen, sämtliche Messungen nochmal wiederholen mit der neuesten Version des Programms, alle auf der gleichen Maschine, um eben so eine höhere Vergleichbarkeit herzustellen. So, wenn wir jetzt in diesen Prozess genauer reingucken, auch in dieses Zyklische, dann tritt halt zunächst mal das grundlegende Problem auf in allen Wissenschaften. Man beantwortet zwar Fragen, aber jedes Ergebnis wirft immer wieder neue Fragen auf. Ja, und irgendwann muss dieser Prozess terminieren. Also irgendwann muss ich mal Stopp sagen, jetzt bin ich zufrieden, jetzt habe ich keine Zeit mehr, jetzt ziehen wir einen Schlussstrich drunter, mit diesen Daten schreibe ich jetzt meine Auswertung. Das ist insbesondere auch wichtig, wenn Sie zum Beispiel eine Masterarbeit schreiben. Sie müssen aufpassen, dass Ihr Betreuer Sie nicht in eine Endlosschleife schickt und am Ende haben Sie keine Zeit mehr, Ihre Arbeit aufzuschreiben. Oder dass Sie sich selber in eine Endlosschleife schicken. Oh, ich habe doch noch so viele Ideen. Das hat ja keinen Wert. Sie haben eine Deadline, Sie müssen irgendwann ein Ergebnis produzieren. Das gilt aber auch für erfahrene Wissenschaftler, weil die müssen ja ihre Arbeiten begutachten lassen. Und leider haben Gutachter auch oft sehr merkwürdige Vorstellungen davon, wie viel Zeit für Experimente zur Verfügung stehen. Die sagen dann immer, ja, wieso hat er das nicht gemacht und jenes nicht überprüft. Dann muss man manchmal sagen, ja, wir haben hier nicht beliebig viele Personenjahre, die wir in ein so ein Ergebnis stecken können. Trotzdem möchte man vielleicht berechtigte Fragen oder Bugs, die zwischendurch auftreten, adressieren und Messungen wiederholen. Dann ist es oft sehr nützlich, wenn man Werkzeuge baut, die die Messungen automatisch wiederholen. Also zum Beispiel irgendwelche Skripte, die bestimmte Programmausführungen durchführen. Vielleicht speichert man die Daten in Datenbanken und hat dann Abfragen, die dann für bestimmte Evaluierungen Daten extrahieren und daraus Tabellen und Plots generieren. Im Idealfall ist es dann so, wenn jetzt zum Beispiel ein Betreuer sagt, da ist glaube ich ein Bug in deinem Programm, du musst den fixen, sonst ist das Ganze überhaupt nicht belastbar. Aber hier ist der Bug, diese Zeile musst du noch einfügen, alles ist gut. Aber dann sind sämtliche ihrer Messwerte Makulatur, weil durch diese Änderung können sich ja Ergebnisse geändert haben. Im Idealfall haben sie ihre Werkzeuge so gebaut, dass sie dieses Skript nur neu starten und am Ende fällt die neue Version ihrer Masterarbeit raus. Und dann haben sie die Möglichkeit, vielleicht 10, 20 kleine Verbesserungen noch durchzuführen am Ende, ohne dass sie das aus der Bahn wirft. Wenn sie dagegen manuell Sachen ausführen, Zahlen in Tabellen übertragen, dann kann so eine kleine Änderung tödlich sein. Dann müssen sie anfangen, irgendwie rumzuflicken und zu sagen, ja, diese Tabelle ist nicht mehr aktuell, aber ich glaube ganz fest, dass es trotzdem sinnvolle Werte sind oder irgendwie sowas. Und damit kriegen sie Probleme. So, ich habe jetzt gesagt, stop asking questions, aber einige Fragen möchte ich doch auch beantworten. Da muss man überlegen, wie mache ich das? Also ich sage meinen Doktoranden, aber auch Masterarbeiten immer, wir sollen so eine Liste führen von möglichen Fragen, die man beantworten will, möglichen Verbesserungen, möglichen Experimenten. Und die muss man dann priorisieren bezüglich des Risikos, dass man eingeht, wenn man die Sachen nicht macht, beziehungsweise der Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn man sie denn macht. Und man kann vielleicht unterscheiden, also es gibt diesen Modus, über den ich hier weniger rede, explorativ. Ich probiere viele verschiedene Parameter-Settings meines Algorithmus. Ich mache das Ganze interaktiv an der Kommandozeile oder vielleicht mit irgendwelchen Klick-Einstellungen, probiere ich immer neue Sachen aus. Und das Ganze hat Turnaround-Zeiten, idealerweise von Sekunden oder sagen wir mal Minuten. Dafür benutze ich dann eben Maschinen, auf die ich unmittelbaren Zugriff habe, relativ kleine Instanzen, wenige Wiederholungen, vielleicht auch sehr rudimentäre Werkzeuge zur grafischen Darstellung nur. Andererseits geht man dann irgendwann, vor allem nachdem man hier aufgehört hat, Fragen zu stellen, in so einen konsolidierenden Modus, wo ich viele verschiedene Instanzen angucke, die auch groß sind, unter standardisierten Messbedingungen. Also alles auf den gleichen Maschinen, mit den gleichen Codes. Das dauert insgesamt lange, deshalb habe ich irgendwie Skripte, die das in einem Batch-Mode machen, das vielleicht auch auf irgendeinen Superrechner schicken. Und ich setze vielleicht viele identische Maschinen ein, um viele Messungen durchführen zu können. Also zur Perfektion getrieben hat das zum Beispiel mein Doktorand Sebastian Schlag. Der hat sich eigentlich mit sequenziellen Algorithmen beschäftigt, ist aber auf den Superrechnern hier im KIT wahrscheinlich einer der Top-Benutzer, weil er eben Dutzende bis Hunderte von Rechenknoten dort parallel belegt hat, um Hunderte von Instanzen mit vielen Algorithmen immer und immer wieder durchzuprobieren. Und das hat aber der Methodik seiner Arbeit wirklich sehr gut getan. Und er hat damit viele Probleme mit zum Beispiel statistischer Signifikanz aus dem Weg gehen können. So, was meine ich mit diesen Risks und Opportunities? Nehmen wir als Beispiel eine Standardhypothese. Mein Algorithmus ist der beste von denen, die ich hier betrachte. Ein großes Risiko ist, es gibt einen anderen Konkurrenzalgorithmus. Wenn ich den nicht mit einbeziehe, dann ist die Studie eigentlich nicht interessant. Ein kleines Risiko könnte sein, ja, es gibt irgendwie ein Unterprogramm, das habe ich noch nicht getunt. Mein Betreuer hat darüber seine Doktorarbeit geschrieben und sagt deshalb ständig, ich sollte da ganz viel dran rumtunen. Ich habe aber beim Profiling festgestellt, dass die insgesamt nur 20 Prozent der Gesamtlaufzeit frisst. Und deshalb kann das eigentlich keinen Riesenunterschied machen. Und deshalb setze ich mich darüber hinweg, was der sagt und sage, schau mal, es gibt wichtigere Dinge, wo ich das noch um Faktor 10 verbessern kann vielleicht. Das landet hinten auf der Liste von Prioritäten. Oder eine Opportunity wäre zum Beispiel, es gibt für den Algorithmus, den man entwickelt, eine Anwendung, die ich noch nicht betrachtet habe. Und für die gibt es auch neue Eingabeinstanzen. Dann sollte ich die vielleicht mit in Betracht ziehen und kann damit sozusagen die Motivation dafür, warum meine Lösung eine wichtige ist, deutlich verstärken. So, an dieser Stelle möchte ich jetzt den Modus, wo ich sehr allgemein über experimentelle Methodologie geredet habe, verlassen und mich auf einen Aspekt konzentrieren, der vielleicht nicht ganz so zentral ist, aber der auch wichtig ist für gute experimentelle Arbeit und bei dem man halt einiges sehr Konkretes sagen kann. Und das relativ unabhängig davon, in welchem konkreten Teilgebiet sie sich befinden. Und das ist die Präsentation von Daten aus den Experimenten, vor allem aus algorithmischen Experimenten. Aber vieles davon wird sicherlich auch gelten, wenn sie Robotik, Machine Learning, formale Methoden oder was auch immer machen. Dabei gibt es eine Anzahl von Beschränkungen, die vielleicht überraschend sind, wenn sie zum Beispiel eine Visibilisierungsvorlesung hören. Dann ist alles in Farbe, 3D, animiert, fotorealistisch, vielleicht auch bei Computergrafik. Hier befinden wir uns in einem ganz anderen Thema, das aus guten Gründen weg davon geht. Meistens ist es immer noch so, dass das Ganze zumindest lesbar sein sollte, wenn es schwarz-weiß ausgedruckt wird, weil das halt billig ist, weil das auch der Standard ist, wenn sie etwas in wissenschaftlichen Zeitschriften drucken. Ihre Grafiken sind zweidimensional statt dreidimensional, weil Papier- oder auch Bildschirme halt zweidimensional sind. Die sind nicht animiert, insbesondere auch wieder, weil Daten auf Papier, außer bei Harry Potter, sich nicht bewegen können. Und das Ganze gilt in gewisser Weise, selbst wenn Sie heutzutage das auf Computerbildschirmen anschauen. Animierte Bilder haben verschiedene Probleme. Und realistisch soll das Ganze auch nicht sein. Im Gegenteil, je formalistischer ich etwas mache, desto höher ist oft die Lesbarkeit und die Ablesbarkeit der Daten. Das finde ich ganz interessant. Wir machen hier etwas ganz anderes, als man zum Beispiel nach einer Computergrafik-Vorlesung erwarten würde. Aber es gibt gute Gründe dafür. Und es gibt interessanterweise eine Reihe von grundlegenden Prinzipien bei dieser Darstellung, die man auch in einigen Büchern nachlesen kann, die aber interessanterweise immer wieder übersehen oder vergessen werden von Wissenschaftlern, die glauben oder meinen, keine Zeit für sowas zu haben. Einer dieser Sätze sagt, minimize non-data ink. Es gibt auch diese Sprüche aus dem Design, form follows function oder this is not a beauty contest. Die aber irgendwie auch wieder ein Widerspruch sind gegenüber vielem, was man zum Beispiel bei Werbegrafiken oder auch journalistischen Darstellungen hat, wo es auch um Eye-Catching geht. Ja, wissenschaftliche Darstellungen sind eigentlich nicht Eye-Catching, sondern man möchte Visual Information Processing erleichtern. Und dafür ist es gut, wenn das, was dargestellt wird, Daten sind und meistens nichts anderes oder wenig anderes. Ja, noch trivialer, wie groß sollten Buchstaben sein innerhalb von Plots, Zahlen, Wörter und so weiter? Ganz logisch, so groß wie halt in dem Text drumherum. Oder manchmal haben Zeitschriften irgendwie die Konvention, dass die Schriftgröße in Captions und damit auch in Abbildungen irgendwie so groß ist wie in Fußnoten. Das ist also ein bisschen kleiner als im Text auch gut. Wenn ich aber als Gutachter wissenschaftliche Papiere sehe, gerade wenn sie zu Konferenzen eingereicht werden, die ein Page-Limit haben, ist fast die Regel, dass die Schrift fast mikroskopisch klein ist. Das kriegt man auch nicht aus den Leuten raus, dass sie glauben, aha, indem ich das Bild jetzt bis zum Geht nicht mehr schrumpfe, spare ich zwei Seiten und damit erhöhe ich meine Annahmewahrscheinlichkeit. Das Gegenteil ist der Fall. Das zeigt, dass die Leute sich keine Mühe gegeben haben. Es ist auch unmöglich, das Papier zu begutachten in einer ausgedruckten Form. Und es geht nur am Bildschirm, wo man Ausschnittsvergrößerungen machen kann. Das geht nicht. Ja, das kann man nicht machen. Und es lässt sich auch meistens umgehen. Dann vielleicht was Verwandtes. Gerne sieht man dann auch Abbildungen, wo irgendwie 20 Kurven übereinander geplottet sind von 20 verschiedenen Algorithmen. Jede davon stark verrauscht. Und ablesen kann man gar nichts mehr, außer dass da eben überall viel Rauschen ist. Also man darf keine überbordende Komplexität in Abbildungen haben, sonst funktioniert das Visual Information Processing auch nicht mehr. Andererseits möchte man die Leute auch nicht langweilen. Also eine halbseitige Abbildung mit vier Datenpunkten drauf ist vielleicht nicht so spannend. Und man sollte die Daten so formatieren und darstellen, dass die Aussage, die man belegen will, evident wird. Wiederum Disclaimer. Natürlich heißt das nicht, dass man die Daten fälschen sollte. Aber man hat sicherlich gewisse Freiheiten, verschiedene Darstellungen zu wählen, die es erleichtert, bestimmte Aussagen zu untermauern. Und man muss natürlich als Leser dann auch kritisch schauen, was passiert da. Und es wird da von einem wissenschaftlichen Leser auch erwartet, dass er da eine gewisse Reife besitzt. Beginnen wir mal mit der vielleicht einfachsten Darstellung von Daten, Tabellen. Die finden sich in fast allen wissenschaftlichen Arbeiten. Und sie sind so ein bisschen der Prügelknabe der Datenvisualisierung, sage ich mal. Weil gerade in so High-Level-Texten immer wieder gesagt wird, ja, Tabellen sind doof, Tabellen sind langweilig. Vermeidet die. Ich möchte an dieser Stelle einen Stab brechen für Tabellen. Ich glaube, sie sind tatsächlich nützlich und unterbewertet. Warum? Vorteile einer Tabelle ist, ich kann sie relativ einfach bauen. Und natürlich ist das auch ein Nachteil. Sie kann vielleicht zu oft benutzt werden. Ein ganz klarer Vorteil ist aber, ich kann genaue Werte darstellen. Im Gegensatz zum Plot, die eher ungenaue Werte darstellen und noch schlimmer, zum Beispiel dreidimensionalen Plots. Die Komplexität eines, der Darstellung eines Werts, da ich irgendwie ein Dezimalsystem oder sowas verwende, ist irgendwie logarithmisch in dem Wert, den ich darstelle. Wenn Sie stattdessen zum Beispiel einen Bar-Chart machen, haben Sie sowas wie eine Unair-Repräsentation der Werte. Sie brauchen viel mehr Platz. Und das kann in einigen Fällen eine große Rolle spielen. Es ist auch eine relativ klare Methode, wie man Werte über verschiedene Eingabeinstanzen darstellt, die untereinander relativ wenig miteinander zu tun haben. Wenn Sie zum Beispiel die Lösungsqualität für 20 verschiedene Graphen darstellen wollen, für zum Beispiel Ihren Graph-Patitionierungs-Algorithmus, ist sowas naheliegend. Na gut, Nachteile sind, ja, sie sind langweilig und es gibt kein Visual Processing. Das heißt, Sie können relativ wenig mit Ihren festverdrahteten Algorithmen, die Ihr Gehirn mit Bilddaten macht, tun. Und da gibt es dann Bücher, die das zum Teil sogar auf Basis von psychologischen Experimenten klarer und genauer sagen. Hier, Tables usually outperform a graph for small datasets of 20 numbers or less. Ich finde das ziemlich pauschal, aber ich finde es gut als eine Orientierung. Was wir in unseren Arbeiten oft machen, ist, dass wir versuchen, im eigentlichen Artikel grafische Abbildungen zu machen, die halt dann doch so ein bisschen Eye-Catching sind, die Visual Processing erlauben und so weiter. Aber dann im Anhang gibt es durchaus auch große Tabellen mit nicht 20 Zahlen, sondern vielleicht auch Hunderten von Zahlen, die es dann erlauben, Reproduzierbarkeit herzustellen. Sie können dann nämlich, wenn jemand anderes Ihre Messungen nachvollzieht oder zum Beispiel andere Verfahren mit Ihren Ergebnissen vergleichen will, kann er in diesen Tabellen nachschauen und sagen, jawohl, bei zehn Instanzen habe ich eine bessere Lösung gefunden. Was meistens unmöglich wäre, wenn er anfängt, ein Geodreieck an den Plot zu halten, um irgendwelche Zahlen da abzulesen. Vor allem möchte ich mich aber in dieser Vorlesung jetzt um zweidimensionale grafische Abbildungen kümmern und meistens wird es dabei um Grafen gehen, also im Sinne, wie Sie es in der Schule gelernt haben, zweidimensionaler Plot mit einer x-Achse und einer y-Achse. In der Algorithmung ist dann oft die x-Achse die Eingabegröße und die y-Achse irgendwie eine Funktion der Ausführungszeit. So, und Sie können jetzt zur x-Achse einiges sagen, wie man das macht zur y-Achse, welche Kurven man da rein, wie man die bezeichnet und so weiter. Ich werde also jetzt für jede dieser Dinge eine vielleicht erstaunlich große Anzahl von Regeln angeben, denen man tatsächlich folgen kann oder sollte. Fangen wir mit der x-Achse an. Zunächst mal, was ist überhaupt die Variable, die ich da darstelle? Ich habe gesagt, Eingabegröße, aber manchmal gibt es da noch Verbesserungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, selbst welche Einheit ich da wähle, könnte interessant sein. Ich werde jetzt einige dieser Sachen an einem relativ komplexen Beispiel hier vorführen, das ich kurz erläutern will. Wir haben hier einen Plot, der drei Broadcasting-Algorithmen vergleicht, also Broadcasting von langen Nachrichten auf Parallelrechnern. Und da habe ich eine ganze Reihe Parameter. Ich habe die Nachrichtenlänge. Ich habe Parameter, die die Maschine charakterisieren, insbesondere Startup-Overheads und die Zeit pro Dateneinheit, zum Beispiel Zeit pro Maschinenwort, die die Maschine braucht. Und ich habe die Anzahl Prozessoren. Da ist jetzt erstmal unklar, wie man all das mit einem zweidimensionalen Plot unter die Haube kriegt. Und ich habe hier mit diversen Tricks mehrere dieser Parameter eliminiert. Und insbesondere die Wahl der Einheit der X-Achse ist hier ziemlich entscheidend. Was ich nämlich gemacht habe, ist, ich habe hier als X-Achse nicht die Nachrichtenlänge selber gewählt. Weil wie die sich auswirkt, hängt wieder sehr von Startup-Overhead und Bandbreite ab. Sondern ich habe das Verhältnis zwischen Nachrichtenlänge und Startup-Overhead gewählt. Und ich nehme an, dass die Zeit für ein Maschinenwort meine Einheit ist. Damit habe ich also die Zeit für ein Maschinenwort weg argumentiert. Das ist einfach die Eins. Und indem ich hier dieses Verhältnis wähle, bin ich damit auch den Startup-Overhead losgeworden. Also was hier jetzt steht, ist, wie viel länger ist die Nachricht als eine, die so lang wäre. Also die Eins bedeutet insbesondere, aha, dann ist die Nachricht so lang, dass die Kosten für Startup-Overhead die gleichen sind, wie für das eigentliche Verschicken der Nachricht. Man kann sich leicht überlegen, naja, Zahlen kleiner Eins sind kurze Nachrichten, Zahlen größer Eins sind lange Nachrichten. Da es bei diesen Algorithmen vor allem um lange Nachrichten geht, stelle ich hier Zahlen größer Eins dar. Ja, und übrigens habe ich dann die Variable, welcher Algorithmus ist das, dadurch reduziert, dass ich hier jeweils das Verhältnis der Laufzeiten von zwei Algorithmen plotte, nämlich jeweils des besten Konkurrenz-Algorithmus zu unserem neuen Algorithmus. Ja, damit habe ich die absoluten Laufzeiten unseres eigenen Algorithmus eliminiert. Und außerdem die Tatsache, dass es zwei Konkurrenz-Algorithmen gibt, weil ich mich einfach immer mit dem Besseren vergleiche. Ja, und dann kann ich die Variable Anzahl Prozessoren über verschiedene Kurven abhandeln. Ich habe also jetzt die Parameter Nachrichtenlänge, Bandbreite, Startup-Overhead, Prozessorzahl und Algorithmik, also insgesamt eine fünftimensionale Gegebenheit in einem zweidimensionalen Plot dargestellt, sodass man noch was erkennt. Ja, so, gucken wir uns mal weitere Dinge für die x-Achse an. Etwas, was etwas weniger Diskussion erfordert, ist, welche Einheit soll, welche Skala sollte man nehmen, eine lineare oder eine logarithmische? Wenn Sie über große Eingabemengen reden oder so, ist es ganz oft so, dass man da eher was Logarithmisches wählen wollte. Hat allerdings Auswirkungen auf das, was man bei der y-Achse macht. Dazu komme ich später. Also es gibt relativ wenige Beispiele, wo wir eine lineare Skala für die Eingabegröße wählen. Dann muss ich natürlich noch konkret entscheiden, an welchen Datenpunkten plotte ich denn jetzt überhaupt was. Und nehme ich eigentlich eine Skala Basis 2 oder Basis 10? Also klassisch wäre natürlich Basis 10, aber in der Informatik hat sich eingebürgert, dass man oft auch die Basis 2 wählt. Dann gibt es so Details, dass man dann natürlich hier krumme Zahlen hat, die immer länger werden, sodass ich hier dann manchmal tatsächlich von expliziter Darstellung der Zahlen zu einer Exponentialdarstellung springe. Dann ist es so, dass man vielleicht dann auch an diesen Potenzen die Messwerte ermittelt. Aber man möchte vielleicht auch Zwischenwerte haben. Und dann nimmt man da irgendwie sowas wie gebrochene Potenzen der Basis. Also Wurzel 2 hoch irgendwas oder Wurzel 10 hoch irgendwas, vielleicht auch dritte Wurzel der Basis und so weiter. Und manchmal hat man für kleine Werte ein paar zusätzliche Messwerte. Das Bild, das ich hier verwendet habe, kennen Sie übrigens zumindest so ähnlich schon aus der Vorlesung. Das sind hier die Laufzeiten pro Operation für Sequence Heap Priority Queues. Und als kleine Zwischendarstellung möchte ich Ihnen jetzt mal eine Möglichkeit darstellen, wie man tatsächlich so Plots baut. Da gibt es verschiedene Werkzeuge. Vielleicht das einfachste eins, das ich auch persönlich viel verwendet habe, ist Gnuplot. Und ich wollte Ihnen jetzt mal zeigen, wie so ein Gnuplot-File aussieht, das so ein Plot generiert. Also Sie setzen dann erstmal bestimmte Variablen. X-Label N, das ist hier die Maximalgröße der Q. Y-Label, das ist hier die Zeit normiert nach dem Logarithmus von N. Dann hatten wir hier diese gemischten Darstellungen der X-Ticks. Das kann man mit sowas hier machen. Also man gibt erstmal explizit an, welche Ticks man haben will. Und für die Großen kann man dann angeben, was da tatsächlich dargestellt werden soll, als so ein String hier. Und dass er tatsächlich dieses 2 hoch 18 korrekt interpretiert, hängt damit zusammen, dass Sie als Terminal hier diesen Enhanced-Modus angeben. In dem Fall hatte ich da erstmal PostScript generiert. Heutzutage würde man PDF nehmen. Dann ist es so, dass meistens die Default-Einstellung für den Canvas, also was da für ein Bild erzeugt wird, meistens zu groß ist. Irgendwie für eine ganze DIN A4-Seite wollen Sie selten Abbildungen erzeugen. Deshalb habe ich das hier skaliert, sodass man etwas kriegt, was ein Aspect Ratio hat, der ganz gut ist. Hier wird eingestellt, dass halt die logarithmische Skala da ist, zur Basis 2 auf der X-Achse. Dass ich die Daten mit dem Stil Lines Points darstellen will. Was ist das? Das heißt, wir haben, die eigentlichen Datenpunkte sind so ein Punkt mit einem Punktstil. Und die sind durch Linien verbunden. Das zeigt einerseits, wo die Datenpunkte sind. Und diese Linien sind eine visuelle Hilfe für das Auge, um zusammengehörige Datenpunkte zu erkennen. Dann gibt es einen Key, der die Datenpunkte und Linienstile erklärt. Den habe ich hier nach links gesetzt. Ich glaube, dass der oben ist, ist dann Default. Also links oben ergibt das. Und da wählt man halt eine Position, wo Platz ist. Und hier wäre es zum Beispiel so, dass wenn ich den nach rechts setzen würde, würde er hier mit den Linien sich überschneiden. So, dann sage ich noch den Terminalstil, also wie sehr die Ausgabe erzeugt und in welche Datei wird die gespeichert. Und dann kommt erst der eigentliche Plotbefehl. Hier kann man dann wiederum optional den X- und Y-Range angeben, in dem geplottet werden soll. Und die eigentlichen Daten kommen dann in diesem Fall aus drei verschiedenen ASCII-Dateien. Das sind so Log-Dateien oder Daten-Dateien, die halt das Programm erzeugt hat. Und die sind halt so aufgebaut, dass da einfach in jeder Zeile verschiedene aufgezeichnete Messwerte stehen. Und in dem Fall benötige ich nur den erste und dritte Zahl in jeder Zeile. Und der Title gibt halt an, welcher Algorithmus das ist. Und das erscheint dann hier in dieser Key-Darstellung. In diesem Fall wurden jetzt diese Linienstile automatisch von dem Plotprogramm gewählt. Und hier ist das dazugehörige Daten-File. So, zur X-Achse gibt es immer noch mehr zu sagen. Ein Beispiel, wo man eine lineare Skala nehmen würde, wäre, wenn ich einen kleinen Bereich habe. Da habe ich dann in meinen ersten Vorlesungen sowas gesagt wie Anzahl Prozessoren. Aber inzwischen ist das selbst bei Multicore-Maschinen so, dass die locker mal 160 Hardware-Threads haben oder sowas. Und selbst da ist dann schon eine logarithmische Darstellung oft sinnvoll. Hier habe ich jetzt ein Beispiel gewählt, das wir auch vor kurzem gesehen haben. Das war nämlich dieser Algorithmus, der Sampling benutzt zum Filtern von Kanten bei Minimum Spanning Trees. Und der funktionierte eigentlich nur dann gut, wenn man sehr dichte Graphen hat. Deshalb habe ich hier dann als X-Skala gewählt die Kanten Dichte. Wobei 1 halt bedeuten würde, dass man einen Klick-Graphen hat, einen vollständigen Graphen. Das heißt, die gesamte Skala, die in dem Fall hier linear ausgeprägt ist, beschäftigt sich eigentlich mit sehr, sehr dichten Graphen. Und das, was man normalerweise hätte, wo ich sagen würde, ich habe Konstantengrad oder logarithmisch in der Anzahl Knotengrad, wird hier in einem kleinen Bereich im linken Teil des Plots zusammengedrängt. Deshalb habe ich in dem Fall hier auch noch ein paar zusätzliche Punkte spendiert. Und das habe ich halt in dem Fall gemacht, weil unser Algorithmus halt in diesem sehr dichten Bereich gut funktioniert. Und ich sage mal, das ist ein Trick, der aber legitim ist, weil das jetzt irgendwie nicht völlig gefälscht ist oder sowas. Aber natürlich muss der Leser da aufmerksam schauen, um nicht in die Falle reinzufallen, dass das ein Algorithmus ist, der auch für dünne Graphen gut funktioniert. Hier ist noch ein anderes Beispiel für eine etwas exotischere Wahl der x-Achse. In diesem Beispiel werden Scheduling-Algorithmen verglichen für parallele Festplatten. Also ich habe, das ist so ein bisschen eine ähnliche Situation, wie wir sie für Parallel-Disk-Sorting hatten. Mit dem Unterschied, dass es jetzt so ein etwas allgemeineres Setting ist. Da kommen einzelne Requests nach Datenblöcken herein. Und ich muss die beantworten. Und im Paper geht es vor allem darum, wie man eine Verbesserung erreichen kann, wenn Daten redundant gespeichert sind. Konkret gibt es für jeden logischen Datenblock zwei physikalische Platten, auf denen die gespeichert sind. Und dann kann man sich überlegen, nach welcher Strategie wähle ich jetzt aus, welche Platte welchen Datenblock liefern soll. Das Ganze ist auch wieder randomisiert. Und dargestellt wird hier die durchschnittliche Verzögerung, die Einheit ist hier aus dem External-Memory-Modell, also die Anzahl der IO-Schritte, die ich warten muss, bis der Block beantwortet wird, und zwar der Durchschnitt. Im Wesentlichen als eine Funktion der Ankunftsrate von Requests. Es ist so, dieses System hat ein natürliches Maximum an Durchsatz, nämlich, dass jede Platte in jedem Schritt einen Datenblock liefert. Und wenn jetzt mehr Requests kommen, als beantwortet werden können, dann ist der Average Delay unendlich. Ja, also ich gucke mir hier so einen Strom von Requests an, so wie das die Queuing-Theorie auch macht. Und aus der Queuing-Theorie ist auch bekannt, dass man eine Singularität bekommt an diesem Sättigungspunkt. Und kurz vor der Singularität gehen die Wartezeiten halt sehr schnell nach oben. Ja, und wenn man jetzt einfach Ankunftsrate plottet zwischen 0 und 1 von mir aus, dann passieren die interessanten Dinge. Also 1 wäre jetzt, also normiert, 1 wäre jetzt, ich bin an der Kapazität des Systems. Dann würden die Kurven halt hier in der Nähe der 1 ganz stark nach oben steigen. Und das ist auch das interessante Verhalten hier in der Nähe der 1. Und für kleine Ankunftsraten sähen die relativ langweilig aus, die Werte. Das heißt, die Kurven wären für kleine 1 alle ganz nah beieinander hier unten und würden dann hier alle gegen unendlich gehen. Und das Interessante würde dann passieren in diesem Dreieck hier. Ja, das ist nicht sinnvoll. Deshalb haben wir uns überlegt, naja, also was will man da eigentlich haben. Zusätzlich ist es so, für den nicht redundanten Fall, wenn also jeder Block nur von einer Platte beantwortet sein kann, kennt die Queuing-Theorie eine geschlossene Lösung. Da sind nämlich die Anfragezeiten sowas wie 1 durch Epsilon, wobei Epsilon der Gap zur Singularität ist. Das heißt, wenn ich hier statt der Anfragerate selber den Reziprokenwert zu diesem Gap zur Sättigung plotte, dann habe ich im nicht redundanten Fall eine lineare Funktion. Ja, und daran kann ich mich jetzt orientieren. Und dann kann ich hier verschiedene Verfahren mir anschauen. Hier, wenn ich einfach sage, die Hälfte der Platten spiegelt einfach die Daten der anderen Hälfte, dann halbiert sich die Anfragezeit schön. Und jetzt kommen die wirklich redundanten Verfahren mit verschiedenen Scheduling-Algorithmen, wo wir plötzlich sehen, da ist eine sublineare Abhängigkeit von dem 1 durch Epsilon. Und dadurch kann ich hier viel mehr erkennen. Also das, was sonst in diesem Dreieck wäre, wird jetzt schön über den ganzen Plot verteilt, sozusagen. Ich werde dieses Beispiel auch für andere Aspekte noch verwenden, sodass diese Anwendungserklärung sich auch einigermaßen amortisiert. So, das war ganz viel über die x-Achse alleine schon. Kommen wir nun zur y-Achse. Da kann man auch ein paar Dinge sagen. Zunächst mal ist es so, wenn man eine logarithmische x-Achse hat und Laufzeit oder andere Komplexitätswerke direkt plotten würde, hat man fast gezwungenermaßen dort auch eine logarithmische Skala. Ja, das führt aber meistens dazu, dass man eigentlich nichts mehr erkennt. Tatsächlich sollte man auf der y-Achse die logarithmische Skala vermeiden. Und das erreicht man, indem man eine geeignete Skalierung der y-Achse vornimmt. Das haben wir in ganz vielen Abbildungen in dieser Vorlesung auch schon gesehen. Ja, wie skaliere ich das? Na ja, das Einfachste ist, irgendwie nach der Eingabegröße selber noch mal zu teilen. Aber genauer gesagt, hängt das natürlich von der Komplexität des Verfahrens ab. Also hier haben wir ja Priority Queues. Da weiß ich eigentlich, dass die Komplexität so etwas wie logarithmisch mit der Eingabegröße steigt. Da liegt es nahe, durch log n zu teilen. Das würde dann bedeuten, wenn man ein Verfahren hat, bei dem ich einfach habe, konstanter Faktor mal dieses asymptotische theoretische Ergebnis, würde man eine horizontale Kurve kriegen. Ja? Und könnte dann die konstanten Faktoren noch vergleichen. Und das Spannende ist, dass man jetzt Abweichungen von diesen horizontalen Linien direkt sieht und daran was erkennt. Zum Beispiel war das bei den Cash-Efficient Priority Queues so, dass unsere Sequence-Heap-Datenstruktur tatsächlich im Wesentlichen hier einen horizontalen Verlauf hat. Das heißt, Cash-Effekte waren hier nicht sichtbar. Es ging sogar nach unten. Das hing an so einem Qualitätseffekt, den man hier dann auch erkennen kann. Während die Konkurrenzprodukte, Binary-Heap, Vor-Re-Heap halt diesen Effekt haben, solange sie im Cash laufen, gilt tatsächlich so ein horizontales Verhalten. Und danach treten zunehmend Cash-Falls aus, wo man dann sieht, aha, ich habe eine Anzahl Cash-Falls, die im Prinzip linear mit dem Logarithmus von n wächst. Und das kann man hier dann sehr schön erkennen durch diese Skalierung. Natürlich hat die Skalierung den Nachteil, dass sie halt eine zusätzliche Komplexität für den Leser bedeutet. Wenn man aber eine einigermaßen anschauliche Interpretation wählt, ist das oft ganz okay. Also wenn der dann weiß, ah, das ist jetzt sozusagen wie der Ratio zwischen einem theoretischen Ding und der Realität, dann weiß er ungefähr, was da passiert. Ein Detail ist noch, dass man gerade bei der Y-Achse dann gerne vergisst, die Einheiten anzugeben. Wenn das eine Laufzeit ist, ist das ja irgendwie in Sekunden, aber dann muss man sich überlegen, dass man vielleicht auf dem Rechner dann kleinere Einheiten hat. In dem Fall sind Nanosekunden angemessen. Man sollte das aber auch dazu sagen, wird gerne vergessen. Dann ist noch eine spannende Frage, ob man die Y-Achse bei Null beginnen lässt oder bei einem anderen Wert. Das ist tatsächlich so ein berühmtes Ding bei Statistiken in journalistischen Publikationen, wo dann geschrieben wurde, naja, 100, gibt es so einen Artikel, ich glaube, da heißt es so etwas wie 100 Wege, um mit Statistiken zu lügen, wo dann geschrieben wird, naja, also wenn ich jetzt nicht bei Null anfange, sondern bei irgendwas anderem, man stelle sich vor, ich wäre hier bei der 50 angefangen in dem Plot, ja, dann sieht das plötzlich so aus, als wären die Sequence Heaps viel, viel besser als die anderen. Während wenn ich bei der Null anfange, dann sehe ich, aha, ich kann mir den Ratio zwischen dieser Entfernung und dieser Entfernung, den kann ich visuell verarbeiten und sehe sofort, das ist irgendwie ein Faktor 2 bis 3 besser. Ja, ist also ein echter Gewinn, wenn ich bei der Null anfange. Andererseits gibt es auch diese Maxime, dass man keine Platz verschwenden sollte. Ich stelle sich vor, die Unterschiede wären hier halt nicht so groß, sondern das wäre hier der Unterschied zwischen 1000 und 1100 oder so was, dann würde man hier eigentlich nichts mehr erkennen, wenn man bei der Null anfangen würde. Nehmen wir aber mal an, diese 10% Unterschied, die ich dann noch habe, wären aus irgendeinem Grund trotzdem relevant, dann würde es Sinn machen, tatsächlich hier unten anzufangen, um eben den Platz zu sparen, damit man die Differenzierung der verschiedenen Verfahren überhaupt noch sieht. Und das ist, denke ich, in einer wissenschaftlichen Publikation okay, weil die Leute gelernt haben sollten, die Y-Achsen zu lesen und nicht mehr im Kindergarten sind sozusagen. Und sich dann sozusagen, wenn ich hier bei der 50 angefangen hätte, ist es eigentlich nicht unzumutbar, sich die Null hier unten dazu zu denken und dann die Ratios abzulesen oder zu verarbeiten. Also das ist eine Abweichung zwischen Dingen, die bei journalistischen Statistiken, wo man Leser hat, die vielleicht nicht so erfahren sind, die vielleicht auch weniger Zeit haben, mag dieser Einwand gelten, aber bei einer wissenschaftlichen Publikation würde ich persönlich das anders sehen. Ein anderer wichtiger Aspekt bei der Y-Achse ist, wir vergleichen ja normalerweise unsere guten Algorithmen mit schlechten Algorithmen. Die haben aber die Tendenz, irgendwie Größenordnungen schlechter auch mal zu sein als die guten Algorithmen. Wenn ich jetzt naiv einfach den Bereich plotte, den ich halt brauche, um alle Messpunkte darzustellen, sieht man von den guten Algorithmen nicht mehr viel. Ja, deshalb ist es durchaus sinnvoll, Teile der Kurven wegzulassen. In diesem Beispiel ist das der zum Vergleich dargestellte nicht-retundante Algorithmus, wo ich halt diese lineare Entwicklungen, die ich bis hierhin fortsetzen könnte, dann abgeschnitten habe. Und das ist in dem Fall besonders unproblematisch, weil hier ja eine theoretische Lösung bekannt ist, die es klar macht, dass man das hier fortsetzen kann. Eine etwas kuriose Regel, die ich noch gefunden habe, liest sich auf den ersten Blick relativ kompliziert. Das gewichtete Mittel der Neigungen aller Liniensegmente, das hier ist diese Neigung, sollte bei ungefähr 45 Grad liegen. Da bin ich hier mit diesem Beispielplot relativ nah dran. Das hier ist ungefähr ein 45 Grad Winkel, vielleicht ein bisschen mehr. Und die haben wohl tatsächlich Experimente gemacht, die zeigen, dass man dann am besten Visual Processing machen kann usw. und das finde ich auch eine ganz gute Richtlinie, um sich zu überlegen, wie skaliere ich eigentlich solche Plots, um eben das Ganze gut lesbar zu halten. Es gibt da eine noch kuriosere Geschichte, dass man nämlich das Verhältnis von Breite und Höhe des Plots ungefähr nach dem goldenen Schnitt wählen sollte. Und zusammen mit dieser letzten Regel hat man damit im Prinzip eine relativ klare Anweisung, wie genau man die Dinge skalieren sollte, was ich eigentlich ganz spannend finde und wo ich mich dann auch ab und zu mal nach richte. Dann ist es natürlich so, wir plotten normalerweise mehrere Kurven, zum Beispiel um verschiedene Algorithmen pro Kurve darzustellen oder eine weitere Dimension, wie die Prozessorzahl oder bestimmte Tuning-Parameter darzustellen. Jetzt überlegen wir uns mal, was bedeutet das und wie gehe ich damit um? Also das ist sicherlich ein Vorteil, mehrere Kurven zu plotten, weil sie die Informationsdichte der Abbildung erhöht. Es ist im Allgemeinen die bessere Lösung, mehrere Kurven zweidimensional zu plotten, statt eine 3D-Darstellung zu machen, weil ich bei diesen 2D-Dingern weiterhin Werte ablesen kann. Aber natürlich, das kann ich leicht übertreiben, sodass ich nichts mehr erkenne. Die überlagern sich ja gegenseitig, die Kurven. Und es gibt da tatsächlich eine Faustregel, die sagt, kleiner gleich 7 Kurven pro Bild und dann sollten die auch einigermaßen glatt sein, die Kurven. Je mehr da Oszillationen und sowas mit drin sind, desto weniger Kurven sollte man dann wählen. In diesem Fall, den ich ja schon erklärt habe, mit dem Broadcasting-Algorithmus habe ich nur drei Kurven, die außerdem noch ziemlich glatt sind, weil sie aus einer theoretischen Modellierung stammen. Und ich habe ja hier eigentlich drei Algorithmen mal drei Prozessorzahlen dargestellt. Das heißt, wenn ich das naiv gemacht hätte, hätte ich hier neun Kurven. Das wären schon zu viele. Und durch das Verwenden von Ratios und von dieser Minimum-Ding habe ich halt dann die Anzahl Kurven schon mal reduziert. Dann kann ich auch Kurven ganz weglassen. Zum Beispiel Algorithmen, die deklassiert werden oder äquivalent sind zu anderen Algorithmen. Ich nehme jetzt als Beispiel wieder unsere Scheduling-Algorithmen. Da habe ich hier fünf Kurven dargestellt, die ziemlich glatt sind. Das war aber gar nicht das komplette Set, sondern was ich hier habe, waren die zwei nicht-resondanten Verfahren. Dann hier zwei so Verfahren, die schon eine Verbesserung sind, aber nicht wirklich konkurrenzfähig. Und das hier war tatsächlich das beste vorher bekannte Verfahren. Und das benutze ich jetzt in einer weiteren Kurve als das schlechteste Verfahren. Und hier kommen jetzt meine neuen Algorithmen, die halt in dem Fall dann keine so Groundbreaking-Verbesserungen gebracht haben. Aber um überhaupt noch was zu erkennen, lasse ich jetzt halt die ganzen klar schlechten Verfahren weg, splitte das Ganze in zwei Kurven und kann jetzt halt noch was erkennen. Und da war es dann übrigens auch so, dass es hier dann bei dem Scheduling-Algorithmus Beispiele gab für diese äquivalenten Algorithmen, dass je nachdem, welche Ankunfts mit Raten da verwendet wurden, dann zwei Algorithmen beweisbar äquivalent sind. Dann braucht man die nicht mehr beide plotten, aber in einem Experiment, wo was anders ist, muss man sie dann doch plotten und so weiter. Genau, dann ist ein wichtiges Ziel, dass man Kurven auseinander hält. Da hilft es manchmal, eine logarithmische y-Skala zu wählen, obwohl ich die ja eigentlich nicht mag. Das muss man dann im Einzelnen ausprobieren. Dann habe ich ja gesagt, dass man dieses Maximum von sieben Kurven nur ausschöpfen darf, wenn die Kurven schön glatt sind. Ich habe hier dieses Scheduling-Beispiel wieder. Diese fünf Kurven hier sind schön glatt. Was das aber nicht darstellt, ist, das sind Mittelwerte über viele, viele Wiederholungen. Ich glaube, jeder Datenpunkt hier sind mehrere Millionen Scheduling-Entscheidungen, über die ich mittlere, weil insbesondere bei hohen Ankunftsraten es sehr starke Schwankungen in den Q-Längen gibt. Das ist beim Q-Längen-Theorie bekannt. Wenn ich jetzt hergegangen wäre und es mir leicht gemacht hätte und nur wenige Messungen gemacht hätte, dann hätte ich hier sehr stark vorauschte Kurven, wo man hier nicht mehr viel unterscheiden kann. Ich hätte dann wahrscheinlich auch Fehlerbalken angeben müssen und dann wäre der Plot deutlich zu komplex geworden. Dann, was kann ich zu den Keys sagen, also der Erläuterung der Punkt- und Kurventypen? Das wird normalerweise automatisch gemacht, entsprechend der Reihenfolge, wie man die in dieser Plot-Kommando-Datei angibt. Das ist aber nicht notwendigerweise die Reihenfolge, wenn man irgendeine Reihenfolge wählt, ist das nicht unbedingt die beste, sondern wir haben hier eine nicht zufällige Reihenfolge gewählt, nämlich so, dass die Reihenfolge hier in der Key-Beschreibung die gleiche ist, wie wenn man von oben nach unten die Kurven liest, also in dem Fall vom schlechtesten zum besten. Das ist natürlich im Allgemeinen nicht immer möglich, weil sich die Kurven ja auch mal schneiden können, aber oft wählt man dann halt die Reihenfolge für die größten Eingaben oder irgendwie sowas Nachvollziehbares. Dann kann man die Dinge leichter nachvollziehen und wiederfinden. Ich habe schon gesagt, die Keys selber positioniert man halt an einem Platz mit einem geeigneten Platz. Diese Bezeichnungen hier sollten konsistent über verschiedene Abbildungen sein. Nehmen wir da wieder dieses Disk-Scheduling-Beispiel hier. Das war ja der beste vorher bekannte Algorithmus. Das waren die runden Kreise. Und das ist jetzt wieder der gleiche Algorithmus, in dem Fall der schlechteste, weil hier die verbesserten Algorithmen dargestellt werden. Dadurch, dass man hier die gleichen Punkttypen verwendet, wird die Wiedererkennbarkeit größer. Das ist in komplexeren Veröffentlichungen dann noch wichtiger, weil ich dann oft mehrere Algorithmen und wirklich viele Aspekte vergleiche. Dann habe ich vielleicht 10, 20 Plots, wo dann aber immer wieder die gleichen Punkttypen auftauchen können und man dadurch viel leichter den Überblick behält. Jetzt fassen wir mal zusammen, was Probleme sind, die immer und immer wieder in diesen Abbildungen auftauchen und die ich als Gutachter auch immer wieder sehe. und was ich erstaunlich finde und die ich deshalb mal zusammenfassen will als die sieben Todsünden des Plotten. Die Leute vergessen zu erklären, was die Achsen bedeuten. Und sei es nur, dass sie eine Einheit vergessen. Aber oft sind es schlimmere Dinge. Man verbindet Punkte, die nichts miteinander zu tun haben, mit Linien. Zum Beispiel, wenn auf der x-Achse irgendwelche Instanzen geplottet sind, die aber noch nicht mal bezüglich Größe oder sowas sortiert sind, sondern einfach nur irgendwie angeordnet sind, dann haben da Linien relativ wenig verloren. Oder man macht auf der x- und y-Achse eine logarithmische Skala. Das macht den genauen Verlauf der Kurven oft kaum erkennbar. Und dann wird da außerdem noch irgendwas reininterpoliert wie eine Gerade und dann kommt daraus, leitet man irgendwelche Schlüsse ab, die überhaupt nicht haltbar sind. Weil die wirkliche Form der Kurve eine ganz andere ist, als das, was man da glaubt, reinzulesen. Was auch sehr gerne verwendet wird, gerade auch von Profis, ich vergleiche jetzt zehn Algorithmen, jeder kriegt eine kryptische Abkürzung, die vielleicht auch noch inkonsistent über das Paper verwendet wird und wo man dann lange suchen muss, um herauszufinden, wo mal erklärt wird, was diese Abkürzung bedeutet. Das muss man auch an nachvollziehbaren Stellen erklären. Die Abkürzungen sollten irgendwie vernünftig gewählt werden. Und vielleicht muss man auch nicht alles abkürzen. Microscopic Lettering, habe ich schon erklärt, exzessive Komplexität der Plots und zum guten Schluss Pie Charts. Ja, das ist etwas, was so in, ich sag mal, Business Plots gerne verwendet wird, wo es aber objektive Gründe gibt, warum man damit eigentlich keine Zahlen darstellen sollte, weil man da ganz leicht Fehler beim Visual Processing macht. Das bringt uns zum Ende der heutigen Vorlesung. Wir werden dann beim nächsten Mal noch eine Fortsetzung machen, die sich mit diesem Pie Chart Problem auseinandersetzt, nämlich wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich eine x-Achse nicht wirklich definieren kann, die eine Zahl ist, sondern einfach Informationen über Instanzen darstellen will. Und ein paar andere speziellere Dinge möchte ich erklären, was dann den methodischen Teil zum Abschluss bringt. Und wir werden dann auch das nächste algorithmische Thema ansteuern. Und das werden dann weitere External Memory Algorithmen sein, insbesondere das interessante Konzept der Cache Oblivious Algorithmus.